Löwenalarm in Berlin und Brandenburg. Im Süden der Hauptstadt warnt die Polizei die Bürger vor dem Verlassen ihrer Häuser. Der Grund, ein entlaufendes Wildtier, vermutlich eine Löwin. Betroffen sind die Orte Kleinmachno, Teltow und Starnsdorf. Auch Haustiere sollen in dem Bereich, wenn möglich, nicht draußen gehalten werden. Die Polizei ist seit Mitternacht unter anderem mit Hubschraubern im Einsatz. Außerdem helfen mehrere Jäger bei der Suche nach der Löwin, die bereits ein Wildschwein gerissen haben soll. Wo das Tier herkommt, ist unklar. Zunächst hieß es, es könne aus einem Zirkus ausgebrochen sein. Laut Sprecher der Polizei vermisst aber kein Zoo oder Zirkus eine Löwin.